Was du brauchst? Und? 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 Oh, meine Fass. Ich bin schon wieder mit Blick-Warner-Kneipe gewesen, oh mein Gott. So, und ich war gerade so von der Original-Synchro abgelenkt, dass sie kein bisschen gelesen haben, weil das unten stand. So, hallo, was haben wir denn da? It's the same toy from my father's childhood, only it looks new now. Still no less creepy. Aha, schön. Ganz toll, das ist unser Lieblings- Oh, und wir sind so ein Schleicher. Okay, VASD für Bewegen, Tab Inventory, Shift Running und E für Aktionen. Linker Maustaste für Interaktionen. So, also wir haben tatsächlich eine relativ schöne... Der Flur sieht schon mal sehr gut aus, muss ich sagen. Schön hohe Decken. Aha, okay, natürlich kein russischer Haushalt ohne klassische Musik. So, wir haben keine Taschenlampe, kein nichts. Warte, ich schau mal kurz, Leiter? Ne, nichts. Ist ja so eher deutsch. Oh, ist aber schon da... weird. So, warte mal, ist das hier? Nein. Ich sehe hier gar nichts. Ich sehe hier gar nichts. Es gibt hier irgendwie einen Lichtschalter. Das wäre echt, das wäre super. Was haben wir da? Magazines. The Magazine's Radio is a monthly scientific and technical magazine. It's a child, my father was found, font and not only art, but also science. Aha, okay. Wir geht doch weg. Dankeschön. So, okay. Geh mal hier kurz raus, weil es ist duster. Duster wie Hulle. Ne, das ist... Da kriegt man irgendwelche Schränke auf. Das ist nicht zielführend. So, okay. Das Ding lässt sich nicht öffnen. Ah. Okay, gut. Jetzt können wir... Jetzt haben wir nebenan wenigstens mal Licht angemacht. Können wir jetzt ein bisschen rüberschauen? Und... Wie oder... Nein, natürlich. Da geht gar kein Licht durch. Überhaupt nicht. Schade eigentlich. So, es sieht mir nach dem S-Bereich aus. Und... Großmutters Urne steht auf dem Tisch. Das ist toll. Das ist toll. Die Familie ist ganz nah bei uns. So, Schachbrett auch ist ja ein Klischee nach dem anderen hier. So, ich habe nichts um die Kerze anzuzünden. Verstehe. So, wir schleppen uns wirklich relativ träge hier durch die Bude, muss ich sagen. So, I think this is my grandfather and my very young father. I don't know my grandfather at all. He died before I was born. Okay. Also nicht okay, aber... Das hat sein Großvater nie kennengelernt. Er starb vor seiner Geburt. So, was uns aber nicht davon abhält, erstmal alle Schränke aufzumachen. Und erstmal überall hinzugucken. Das gute Porzellan. So, was ist das hier? Ist das ein Bügeleisen? Ja, das ist ein Bügeleisen. Wie schön. Previously all the equipment was of our production. Not like now. Schön. Das legen wir mal zurück. Was so schönes? Was so schönes? Oh, wir haben eine Kerosinlampe. Wunder. Looks shabby. But probably still works. All I need is Kerosin. Okay. Gut. Jetzt brauchen wir bloß noch Kerosin. Und dann haben wir hier eine Öllampe. So können wir speichern. Resident Evil. Resident Evil. I will help you son. Find the family ring. Bing. To use the lamp you need Kerosin. The Kerosin in your inventory will gradually decrease when the lamp is in use. To put away or take out the lamp. Press T. Okay. Also wir verbrauchen dabei Kerosin, wenn wir die anhaben. Haben wir denn schon? Not enough Kerosin. Ich wollte gerade sagen. Wir haben jetzt noch kein Kerosin drin. Sometimes the hero will write notes in the notebook. Press G to view them. Okay. So der held. Aha. Findet den Familienring. So und das würde niemand machen. Niemand nie nicht irgendwie. Würde auf so einen schönen Türrahmen und auf die Zarge so einen Vorhängen schloss raufballern. So was macht man einfach nicht. So wir können dann natürlich da hinten im Fluroma schauen ob da ein Lichtschalter ist. So ich habe. Hallo? Wo? Er will mich. So. Small chest. Mein Vater mag die Stor-Things in kleinen Containern. Wahrscheinlich wurde es von seinem Vater geblieben. Okay. So. 12 März. Verdammt. Wir müssen die Lampen verändern, damit wir nichts finden. So die Dinge hatten wir auch früher an der Schule. Vanille, Schoko, Joghurt. Der Hammer. Der Hammer. Wirklich. Cool. Sehr, sehr cool. Schön. Ansonsten haben wir noch ein bisschen... Ich kann es leider nicht mehr lesen, irgendwie. Good old Stew. Okay, alles klar. Das ist ein Stew. Vater hat immer gesagt, dass sie es aus realem Fleisch machen. Miracle. Ja, ich denke auch. So, was stand hier nochmal? Ein Pack of Milk. Großartig. Großartig. So, okay. Ich probiere mal hier vorne nochmal. Ja, da gibt es auch einen Lichtschalter. Das macht natürlich alles einfacher. Wenn ich auch da drin was sehe. Aha. Es werde Licht. Das elterliche Schlafgemach. Die Mucke ist schon streng, Alter. So, was haben wir hier? Ah, an old Matchbox. A little damp. But it might come in handy. Okay. Wir haben Streichhölzer. Schön. Was haben wir da? Na, das sieht doch nach Kerosin aus. Wunderbar. Und wir haben Kerosin für die Lampe. Wie schön. So, und... Nein, wir sollen sie nicht droppen. Sondern eigentlich... Kannst du jetzt nicht sagen. Du bist... Okay. So. Aber wir brauchen sie nicht jetzt. Die brauchen wir erst in der Küche. Und ja nicht zu viel Kerosin jetzt hier verschwenden. So. Schauen wir hier nochmal kurz in die... Schublehnen. Oh, warte mal her. Was ist das? VLKSM. Is a public organization that the Soviet... that unites Soviet Youth. Aha. Okay. Alles klar. Mhm. A birdcage. Und some sort of strange mechanism. I wonder how it works. Ja, das... wissen wir alle nicht. Ah, das möchte ich eigentlich jetzt gerade nicht lesen. Da verschwindet so viel... Kerosin. Vielleicht zählt es auch nicht. Okay. 4. März. 57. My father says that I have a vivid imagination, but I know for sure that I didn't make it up. All has started after my parents arrived from the Romania. Sometimes passing by the mirror. My reflection seems to behave strangely. It looks as though I'm moving slower than me. And it goes always in my direction. But as soon as I turn on the light, the reflection becomes normal again. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Nein, geh weg. Ich möchte das nicht mehr lesen. So, haben wir... Okay. Kann man noch anmachen? Kann man das hier mal ausmachen? Nee, ist noch ein bisschen tusch da. Okay. Okay. Oh Gott. Die Mucke ist schon... Also, ich weiß nicht. Oh! Das ist mir gar nicht aufgefallen. Mach doch mal einen großen Satz drüber, da wird bestimmt die Gruselpuppe wartet. Können wir eigentlich hier irgendwo hin? Nein. Oh ja, wir haben einen strengen Scheitel. Wiegst du zu sehr. One butt. So, dann würde ich jetzt... Need to find out what behind the door. Ja, aber dazu brauchen wir ja quasi einen Schlüssel. Und dann haben wir nochmal hier... Was haben wir denn hier? Hier haben wir nochmal Streichhölzer. Die nehmen wir mit. Schön. Kekse. Nichts. Das ist immer das Schönste, wenn man einen Schrank hat. Nichts. So. Jetzt noch ein bisschen Brot. Was haben wir denn da? Ah. More Kerosin. Wunderbar. Ich freu mich. Okay. Okay. Hier konnten wir nichts machen mit dem Ding. Hat sie sich einfach noch angeguckt. So. Okay. Wir hatten nochmal... Replace the light bulb in the kitchen. Find out what is hidden in the pantry. So. Wo... Aber wo ist die pantry? Hallo? Der Vorratsschrank. Tja, der Vorratsschrank, den würde ich erstmal hier verorten. Tatsächlich. Aber das sieht mir so ein bisschen nach Vorrat aus. Speisekammer. Ja. Aber haben wir. Haben wir. Ja. Das könnte natürlich sein, dass das die Speisekammer ist. Aber dafür habe ich ja keinen Schlüssel. Hauptschrank. Kiki. So. Dann können wir hier nochmal ganz kurz gucken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ach. Nicht doch, Alter. 24. Februar 57. Hooray. So. Mit allen Emotionen die Dame. Hooray. So. Hooray. My parents returned from New Romania. I felt inconfortable in their absence. I'm scared when I'm alone in their apartment. Even during the day. I'm no longer wanted them to leave for a long time. My parents brought me a bunch of gifts and souvenirs. Most importantly. They bought a boutique from an auction. But I was forbade from touching them by my father. They looked everything at the pantry. I didn't even have time to look at them. Hm. Mach doch. Weg. Jetzt bitte. Dankeschön. Ah. Das ist also der Vorratsschrank. Ist ja okay. Kann man machen. Kann man machen. So. Okay. Und hier unten. Oh. Was haben wir hier? Eine Schere. Die nehmen wir auch mit. So. Und jetzt können wir. die Glühbonne austauschen in der Küche. Ich freu mich. Nicht. Ich will nicht. Ah. Schon viel besser. Schon viel besser. So. Ja. Und seine Eltern sind immer häufig unterwegs. Irgendwie. Und er hat ein bisschen Angst in der Wohnung. Das ist alles ein bisschen Suspekt für ihn hier. Und er fühlt sich auch tagsüber hier nicht wohl. Irgendwas ist mit den Schatten. So. Okay. Find out what is hidden in the pantry. So. Wir haben natürlich den Vorratsschrank immer noch nicht erwischt. Aber der kann er jetzt ja nicht. Achso. Also. Wir müssen halt rausfinden, was hier hinter ist. Die Frage ist nur. Wo ist der Schlüssel? Hallo? Ah. Das Bad. Ach. Eine Wanne ist auch schon eingelassen. Da folgt mich aber. So. Tatsächlich. Für russische Verhältnisse. Also. Wenn wir überhaupt in Russland sind. Wir sind ja Rumänen. Ne. Die irgendwo sind. Ich weiß jetzt ja nicht. Haben wir rausgefunden wo wir sind. Aber es sieht doch nicht sehr russisch hier aus. Und merkst du tatsächlich anhand der Toiletten, dass wir nicht in Russland sind. Vielleicht sind wir ja tatsächlich in Deutschland, wenn man sich die Hits anhört, die da laufen im Radio. Razor. Mechanically. Razor with winding. More brutal shape with an axe. Das. Achje, das hat so ein Trockenrasi auch. Oh. 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 Obwohl die. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh nein! 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 Okay, und da drin war ein Stück Hornhaut, oder was finden wir hier? Was ist das? Was ist denn das? Ein Schlüssel in, hoffentlich knete. All key in clay, ja. Maybe I can clean it with water. Okay, alles klar. Wir haben den Schlüssel gefunden, der ist, hmm. Ich hoffe nicht, dass das Augen sind. Ich hoffe nicht, dass das Augen sind. So, ich hätte hier Wasser. Ich wäre bereit, jetzt den Schlüssel zu reinigen. Sehr schön. Wunderbar! Und das wird wahrscheinlich der Schlüssel für den Vorratsschrank sein. Oh! Oh, große Puppe! Was ist das? Was ist das für... Wer ist das für... Verfatzer? Oh! Haben die den Ofen gepackt? Nee, noch nicht. Oh Gott! Oh! 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 Das ist mir eiskalt! Oh! So richtig Gänsehaut gerade hier! So richtig Gänsehaut! Oh! 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 Läuft's ja wirklich eiskalt über den Rücken. Oh! Oh! Achso, warte mal vielleicht eher hier. Ne! Warum kann ich denn nicht... Ist das nicht der Schlüssel dafür? Der Wäschereih-Schlüssel? Das ist der Wäschereih-Schlüssel? Wo ist denn die Tür zur Wäscherei? Wo ist... Wo... Wo ist denn das jetzt? Dafür ist der Schlüssel. So, okay. Was haben wir hier drin? Im Kästchen. Eine Teedose. Okay. Wie legt der denn den Mundpitz hier zurück, ey? Dankeschön. A jar. A porcelain jar. All grandmothers should have a porcelain collection. Okay. Jetzt müssen wir also die Collection unserer Großmutter finden und diese dort einreihen. So, hier vorne vielleicht. Ne. Hmmm. Aber wir können rennen. Das ist ganz cool. Oh Gott. Oh Gott, was ist denn da los? Oh. Oh. Ich denke, die Elektro-Schlüssel hat sich selbst in sich. Ja, die ist jetzt von alleine gerade Anjan. Okay. Schreibmaschine läuft hoch von alleine. Wir schauen mal. The ring is inside, son. Wo denn inside? Was meint er denn mit inside? So, hier könnte ich mir das doch schön vorstellen. Hier das Porzellan-Töpfchen. Passt zwar da nicht hin, aber... Also, zu den Tassen, aber das ist ja kein anderes Porzellan. Erst mal schnell alles anmachen. Vielleicht hier inside? Oh, nicht doch, ey. Wo? Oh, jetzt komme ich wegen dem Stuhl hier nicht hin. Eure Majestät. So, warte mal, könnte ich ja hier mal probieren, erst mal wieder Licht anzumachen. Hier ist ein Schlüssel drin. Oh. No, we should apply. Mmh, schade. Okay. So, ich mache mal diesen fancy Song aus. So, man könnte auch tatsächlich mal die Lampe ausmachen. So, okay. Wo können wir denn... Oh, warte mal. Können wir denn die Büchse untersuchen oder irgendwas? Nee, können wir nicht. Mmh, 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 mmh. Können wir stacken? Nee, können wir nicht. Okay, wohin mit der Porzellan-Geschichte? Hier unten? Warte mal hier unten. Hoch nicht. To get a better look at an objects or seeing what in a distance, press right mouse button. Hey, grüß dich. Ja. Wer bist du? Okay. Okay. Wir laufen mal hinterher. Kann er uns vielleicht irgendwas sagen? Sagt er uns irgendwas? Hm. Hier ist weg. Hm. Suspekt. Sehr suspekt. Der steht unter dem Badfenster? Warte, der steht unter dem Badfenster? Nicht dein Ernst. Warte. Oh. Igitt. Und, wo zeigt der da hin? Behind? Oh nein. Ah. Mmh, mmh. Du blöder Arsch, Alter. Oh. Oh. Nee, muss ich erst mal gleich spülen. Oh, ist das fies, ey. Was sollte denn das nun sein? Oh, it's a trap. Jetzt sieht aber auch aus, irgendwie wies ich nicht, wie Tee oder irgendwas, was da drin sein könnte. Weil, das ist halt, also, was? Wahrscheinlich wird es so groß sein oder so. Kleine Tupsi jetzt irgendwas, so was. Flip's jetzt. Also, ich weiß nicht. Ich kann doch bloß jetzt, oder soll ich es mal einfach droppen, oder was? Wir hätten es kaputt machen müssen. Und da ist der Ring. An old family ring that belonged to my grandfather. In a difficult moment, the ring will help you find the way. It will start to glow when the desirous item are nearby. To remote the ring, press R. Okay, man muss halt einfach mal nur Sachen kaputt machen. Der kommt mal weiter. So, hier haben wir den Ring. So, das Bett war vorhin so wunderschön zu sehen. So, jetzt könnte man mal hier gucken, ob der Ring hier tatsächlich, ähm... Achso, den können wir jetzt so gar nicht als Item benutzen, oder was? Okay, wir laufen mal ein bisschen rum. Vielleicht fängt der Ring ja irgendwann an zu glühen. Weil bis jetzt sind wir halt noch nicht weiter gekommen. Außer, find out what hidden in the pantry. Oh, Moment. Hier hat er aber gerade gefunkelt. Moment, hier war doch gerade irgendwas. Hat er ja nicht hier gerade irgendwo... Achso, er hat jetzt... Ach, er dürfte ja auf die Tür zugegriffen machen. Ja, ach, schade. Schade, schade. So, okay. Wo kann hier etwas sein? Los. Okay, nein, das ist eventuell das Bild hier. Okay, das war anscheinend ein tragender Nagel. Was ist denn das jetzt? So, okay, alle klar. Thanos hat mal kurz... Hat den Blib gemacht. Alles hier ist gemalt. I hope I can return to the apartment. Okay. Ich hoffe auch, dass ich durch das Apartment dann komme. Aber nein. Oder doch? Okay, was ist denn das jetzt für ein Spacier-Move, Alter? Okay, wir müssen anscheinend im Boot erstmal nachsehen. Vielleicht finden wir da den Schlüssel. Für den Pantry. Sorry. Abstrus. Jetzt wird noch nicht mal mehr irgendwie das Laken beschriftet. Irgendwie, wo drauf steht, wo der Schlüssel ist. Irgendwie, um damit die Kombination zu bekommen. Um das Kellerschloss zu öffnen. Um da den Schlüssel zu bekommen. Für die Wäscherei. Nein. Das wird jetzt so ja schon in einer völlig fremden Dimension versteckt. Ja. Darunter machen wir das ja nicht mehr. Anscheinend. Schön. Okay. Dann schauen wir mal. Vielleicht kommen wir ja hier irgendwie rauf. Da liegt ja schon mal ein Zettel. Das ist schon mal ganz gut. Vorhin konnten wir springen. Unsere gemaltete Ego kann nicht springen. Haben wir eine Leiter oder irgendwas? Können wir hier raufklettern? There is something ahead in the tree? Oder? What? Können wir hier hinten ringen? Ja, hier hat der Ring. Aha. Okay. Es ist ein Rettungsring. Den können wir aber nicht nehmen. Was ist denn das jetzt hier? Okay. Wir haben all unseren Stuff. Was ist denn? Was ist denn das für ein Quatsch? Daraufhin hat er mich jetzt hingewiesen? Einfach nur Unrat? Unmas Unrat? Okay. 25 Grad Nord. 71 Grad West. Oh Gott sei Dank von hier jetzt laufen. Schritte. Eins. Zwei. Drei. 25. Und jetzt 71 Schritte nach Westen. Okay. Eins. Zwei. Und wie Sie sehen. Ist hier mal nichts. Okay. Frodo holt nochmal den Ring raus. Aber. Vielleicht schlägt er da hinten an. Ich weiß jetzt nicht. Ob es jetzt halt wirklich. Der. 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 Rettungsring sein sollte. Ich bin nach wie vor der Meinung. Der Leiter wäre jetzt super. Ach da ist ja eine Schatzkiste. Verdammte Axt. Warum ist mir die denn hier aufgefallen? Ich war hier so auf diesen blöden Ring nach fokussiert. Na sag mal. So. Na wie auf einem Auge blöd. Mh mh. Mein Vater gab es mir vor, als ich sehr jung war. Es ist schön, dass ich es behaupte. So. Nein, nimm es doch. Zack. Hammer. Okay. In der Hoffnung, dass da das Boot ist. Laufen wir zurück. Richtung stimmt. Aber wahrscheinlich irreführend. Das wäre fies. Aber nee, ist es das Boot. Komm Junge, kämpf dich weiter durch. Haben wir jetzt eventuell schon den Schlüssel für den Burnt Cage? Das wäre gut. Ja komm, du hast es gleich geschafft, Mann. Los. Pack den Ring weg. Frodo. Und ab ins Bild. Oh Mann. Ich wollte doch wissen, was da in dem Vogelkäfig drin ist. Oh Mann. Ach, schade. Ja Leute, das war die großartige Demo von The Renovator Origin. Mal schauen, ob das Full Game kommt. Wir werden es bestimmt spielen. Es sah gut aus. Es sah gut aus. Es war auch tatsächlich recht packend. Knifflig, aber packend. Mit euch zusammen schaffen war es. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben dalassen. Und in die Kommentare schreiben. Schubst den Algorithmus ein bisschen in unsere Richtung. Okay, viel Spaß beim nächsten Projekt. Hoffentlich auf dem Kanal. Bis dann. Tschüss. Das ist ohne die Sätzenmäßigkeit auf diesen alten Bildern irgendwie. Lächeln war komplett verboten. Niemand darf lächeln. Niemand. Nie, nicht, niemals. Sind viele, die so lächeln? Das ist ja fürchterlich. Das heißt, die waschen dann Schlüssel. Ach so. Laundry Key. Hm. Also das ist ja schon, da muss ich ja sagen. Also das ist ja schon, das ist ja schon, also wirklich. Ja, man muss auch den Kühlschau mal zumachen. Das ist ja, geht ja so nie weiter. Aber einfach mal nicht. Ah, jetzt kann er schon wieder nicht mehr, die alte Luftpumpe. Und wir können auch nicht, weil wir halt der letzte Pudding sind, hier an diesem Reifen hochklettern. Haiiiaiiai. Heißes sama-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa. Ciao.